Freunde, ich glaube, wir haben wieder was gefunden. Hier ist was drin. Ich war gerade schon drin, aber ich habe es noch nicht angemacht. Untersuchen wir mal. Das ist ein Grammophon. Was macht ihr jetzt? Er hat es jetzt gezeichnet. Okay. Okay, vielleicht ist es wichtig. Ich weiß nicht, was es ist, aber er hat es aufgezeichnet. Deswegen, Freunde, zeige ich euch mal die Location. Und zwar, guckt mal. Da seht ihr, anscheinend ist es wichtig. Ich zoome mal raus. Also hier ist St. Dennis. Ihr fahrt hier hoch. Und hier ist eine kleine Insel. Aus Orientierung. Und hier war ein mysteriöses Grammophon. Ja. Schaut mal vorbei. Vielleicht ist es wichtig. Und hier ist es, die Zeit. Und hier ist es ich, glaube ich,